Wenn dein Geld eine Erlaubnis benötigt, um ausgegeben zu werden, ist es nicht dein Geld. Wenn dein Geld ein Gegenparteirisiko hat, ist es kein Geld, sondern ein Kredit. Wenn dein Geld dich bestiehlt, ist es nicht dein Geld, sondern ein Kontroll- und Finanzierungsmechanismus deiner Regierung. Wenn dein Geld eine Identität erfordert, ist es kein Geld, sondern ein soziales Kreditsystem. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass dir mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Um nichts weniger als die Grundfrage, die am Beginn der Reise in das Kaninchenloch von Bitcoin steht, geht es im jüngsten Text von Gigi. Was ist eigentlich Geld? Das klingt beim ersten Hinhören vielleicht etwas trivial, aber es ist eine unglaublich wichtige Schlüsselfrage, weil wir zwar vom Kindesalter an dazu erzogen wurden, das, was wir für Geld halten, zu verwenden, aber die meisten von uns haben niemals gelernt, warum wir den Geld scheinen oder vielleicht schon bald den QR-Code auf unserem Telefon, also unserem CBDC-Sklavenkonto, Wert beimessen oder worauf dieser überhaupt passiert. Vielleicht liegt es ja auch ein Stückchen weit daran, dass viele Altcoiner zum Beispiel glauben, dass ihre Token die Zukunft des Geldes sein könnten oder vielleicht zumindest doch wie Geld funktionieren. Aber nein, Gigi schlüsselt in seinem Artikel einige der wichtigsten Unterschiede zwischen Fiat-Geld, Altcoins und Bitcoin auf. Er weist aber auch auf die Herausforderungen hin, die damit verbunden sind. Denn Autonomie und Souveränität sind nie bequem und einfach, sondern erfordern ein wenig Arbeit. Genauso wie der Proof-of-Work von Bitcoin die implizite Notwendigkeit für gesundes, neutrales und maximal dezentralisiertes Geld ist. Insofern freut euch auf einen weiteren guten Artikel von Gigi in seiner heutigen Analyse mit dem Titel Bitcoin ist die Wiederentdeckung des Geldes von Gigi Im Originaltitel Bitcoin ist die Wiederentdeckung des Geldes Es ist Geld, das neu überdacht wird. Es ist die Beseitigung des Gegenpartei-Risikos. Es ist das reinste, schnellste und solideste Geld, das von Grund auf neu erdacht wurde. Es ist ein rechnerischer Beweis für historische Ereignisse, der eine unbestechliche Geschichte aufbaut, ohne sich auf Vertrauen zu verlassen. Bitcoin ist die Erkenntnis, dass Kryptografie nicht genug ist. Er ist das Eingeständnis, dass vertrauenswürdige Dritte Sicherheitslücken sind. Er ist eine uneinnehmbare Festung der Validierung, die der Welt sagt, dass ungültige Blöcke nicht gelten müssen. Durch die Wiedereinführung von Vertrauen, sei es durch den linguistischen Angriff des Proof-of-Stake oder durch den regulatorischen Angriff zentralisierter Börsen und Verwahrstellen, zerstört Krypto alles, was Satoshis Erfindung überhaupt erst großartig macht. Die meisten Menschen haben noch nicht verstanden, dass Bitcoin anders ist. Er ist kein Unternehmen. Er kann nicht bankrott gehen. Er hat keinen CEO, der beeinflusst, verhaftet oder korrumpiert werden kann. Er ist eine Naturgewalt, wie die Gezeiten, die kommen und gehen, wie die Sonne, die im Osten aufgeht. Du kannst eine Meinung dazu haben, aber deine Meinung wird ihn in keiner Weise beeinflussen. Alle zehn Minuten setzt sich der Bitcoin neu durch. Alle zehn Minuten zementiert er eine Botschaft in seiner Time-Chain. Du sollst nicht stehlen. Die Geldpolitik von Bitcoin ist zeitlich festgelegt, nicht per Dekret. Sie kann nicht geändert werden. Mit ihr kann nicht gestritten werden. Sie ist unabhängig von der Nachfrage, unabhängig vom Energieverbrauch und unabhängig von der Politik. Die schwachen Kopien, die wir als Shitcoins bezeichnen, sind sich der Natur von Bitcoin nicht bewusst. Sie sind ahnungslos bezüglich der Natur des Geldes und glauben, dass dein Geld für dich arbeiten muss. Sie glauben, dass Geld eine Art von Rondite erwirtschaften muss. Das Geld selbst einen nominalen Gewinn abwerfen sollte. Nein. Dein Geld muss einfach funktionieren. Punkt. Dein Geld sollte dir gehören und dir allein und es sollte dich nicht bestehlen. Wenn dein Geld eine Erlaubnis benötigt, um ausgegeben zu werden, ist es nicht dein Geld. Wenn dein Geld ein Gegenparteirisiko hat, ist es kein Geld, sondern ein Kredit. Wenn dein Geld dich bestiehlt, ist es nicht dein Geld, sondern ein Kontroll- und Finanzierungsmechanismus deiner Regierung. Wenn dein Geld eine Identität erfordert, ist es kein Geld, sondern ein soziales Kreditsystem. Geld hat keine Rondite. Geld hat kein Gegenparteirisiko. Geld ist kein Kredit. Geld braucht nicht zu wachsen. Geld braucht keine Identität. Geld hat kein Gedächtnis. Der ganze Sinn des Geldes ist es, seinen Kunden nicht zu kennen, wie ein italienischer Komiker einmal sagte. Bitcoin ist eine Antwort auf die moralischen Mängel des Fiat-Geldes und unserer Fiat-Geldinstitute. Krypto ist eine Reinkarnation dieser gescheiterten Institutionen, die die freundlichen Gesichter der glattrasierten Banker durch das schüchterne Lächeln ungepflegter Teenager ersetzt. Manche nennen es Fortschritt. Ich nenne es unethisch. Geld ist ebenso wichtig wie unsichtbar. Die Bedeutung des Geldes rückt erst dann in den Vordergrund, wenn das Geld stirbt. Was wohl weltweit geschieht, während ich diese Zeilen schreibe. Wir haben vergessen, was Geld ist. Wir haben die alte Weisheit vergessen, die Bedeutung von ehrlichen Gewichten und Maßen. Wir haben vergessen, dass Wucher eine Sünde ist, dass die Liebe zum Geld um des Geldes willen die Wurzel allen Übels ist. Folglich haben wir die Wurzel alles geldpolitischen Übels viel zu lange ignoriert. Das staatliche Monopol auf die Ausgabe und Kontrolle von Geld. Die Geldproduktion ist eine ethische Frage. Das Drucken von Geld ist ein moralisches Versagen. Und Cheatcoinerei ist nichts anderes als Gelddrucken, versteckt hinter dem Schleier von Verwirrung, Technobabbel und angeblicher Innovation. Oder schlimmer, Altruismus. Bitcoin ist ehrlich, fair und wahrhaftig. Er ist gewaltfrei und freiwillig. Er ist ein Rettungsboot und ein Ausweg und darf nicht mit den zahllosen Shitcoins verwechselt werden, die auf ihm herumtrampeln. Die makellose Konzeption, die chronologische Ausgabe und das organische Wachstum des Bitcoins sind das, was ihn von anderen unterscheidet. Das Fehlen eines Gegenparteirisikos macht ihn zu Geld. Sein Mangel an Führung macht ihn dezentral. Sein rechnerischer Nachweis, der Reihenfolge der Ereignisse, macht ihn unabhängig überprüfbar und unumkehrbar. Seine Schwierigkeitsanpassung macht ihn zu einem autopoetischen System. Er ist in der Lage, sich selbst zu erhalten und zu reproduzieren. Alle Shitcoins werden als Folge des Fortbestehens von Bitcoin zur Bedeutungslosigkeit verkümmern. Sie werden irrelevant werden, weil das Spiel des Geldes ein Spiel um Liquidität und Kaufkraft ist und in diesem Spiel überleben nur die Starken. Die Welt ist dabei, sich neu zu ordnen. Sie ordnet sich neu, weil wir vergessen haben, was Geld ist. Sie ordnet sich neu, weil die derzeitige Inkarnation des Geldes, von der Regierung ausgegebene Schulden, die die Armen bestehlen und den Reichen geben, zusammenbricht. Und während es zerbricht, marschiert Bitcoin weiter. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block gefunden. Alle zehn Minuten behauptet sich Bitcoin all. Alle zehn Minuten. Und du kannst ein Teil davon sein. Du kannst die Arbeit machen, dich weiterbilden, deine eigenen Keys, also Schlüssel haben und deinen eigenen Not betreiben. Das ist alles, was Bitcoin von dir verlangt. Ein kleines bisschen Verantwortung. Wenn du nicht im Besitz deiner eigenen Keys bist, besitzt du keine Bitcoins, sondern Schuldscheine. Wenn du nicht einen eigenen Not betreibst, hast du kein Mitspracherecht bei Bitcoin. Du bist der Vorstellung von Bitcoin durch jemand anderen verpflichtet. Damit Bitcoin dein Geld ist, musst du deine eigenen Keys besitzen und dich mit deinem eigenen Not verifizieren. Und damit kannst auch du das Geld wiederentdecken. Du kannst wiederentdecken, was es bedeutet, hohe Stabilität und Autonomie zu haben. Du kannst dir die Arbeit machen und dich in ein souveränes Individuum verwandeln. Du brauchst niemanden, um Erlaubnis zu fragen. Alles, was du brauchst, ist etwas Neugier oder eine Menge Schmerz. Ich hoffe für dich, dass es Neugier ist, die dich zu Bitcoin bringt. Bitcoin kann Neugierde wecken, wenn du dazu bereit bist. Shitcoins, Treuhänder und das Fiat-Geldsystem werden den Schmerz bringen. Die Entscheidung liegt bei dir und du hast alle Zeit der Welt, sie zu treffen. Denn Bitcoin ist, und das ist genug. Er versteckt sich nicht, sondern er wartet. Draußen im Freien, gereiht entdeckt zu werden. Und mit jeder Seele, die Bitcoin als das sieht, was er ist, wird ein größerer Teil der Menschheit wiederentdecken, was Geld ist. Das war Bitcoin ist die Wiederentdeckung des Geldes Von Gigi Vielleicht war in diesem Text einiges dabei, das euch nachdenklich gemacht hat, das euch Anstöße für weiteres Nachdenken gegeben hat. Das würde mich sehr freuen. Gigi sicherlich auch. Und so möchte ich bei dieser Gelegenheit auch wieder daran erinnern, Gigi bitte zu unterstützen. Schaut auf seine Website, dergigi.com Dort sind alle Unterstützungsmöglichkeiten angeführt. Macht davon bitte Gebrauch und unterstützt sein laufendes Ton. Das wäre sehr schön. Und zuletzt noch ein Hinweis auf unsere Website bitcoinaudible.de. Schaut dort mal rein, da sind alle Episoden zu finden. Auch aufgeschlüsselt nach diversen Tags, nach diversen Schlüsselbegriffen. Ihr könnt dort Themenbereiche suchen, die euch besonders interessieren und dann die entsprechenden Texte anhören, euch vorlesen lassen. In deutscher Sprache für euch zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Falls noch jemand Geschenke den sucht, entweder für sich selbst oder für andere, schaut doch mal auf die Literaturliste, wo wir die besten Bücher, die Bezug zu den bisher vorgelesenen Texten hatten, aufgelistet haben. Und da sollten doch einige interessante Bücher für euch dabei sein. Und nun bitte wie immer nicht vergessen, wenn euch die Folge gefallen hat, klickt den Like-Button, das wäre ganz nett. Und natürlich auch den Subscribe-Button, wenn euch in Zukunft keine Folge entgehen soll. Damit mal für heute genug. Ich habe einiges zu tun und muss mich kurz halten. Ich hoffe, euch hat der Text gefallen, wie gesagt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Leben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020